Hallo ihr da! Und zwar heute ist der 1. Juni, Kindertag. Wir gratulieren allen Kindern dieser Welt und unserem kleinen Moritz Paul. Moritz wurde heute 10 Jahre alt. Ist doch unglaublich, oder? 10 Jahre alt ist der Dicke jetzt. So ein feiner Momo. Prima Momo. Gratuliere dir Moritz. Nachher gibt es noch einen schönen lecker Kuchen. Versprochen. Ein lecker lecker Kuchen. Da kriegt der Schmadi auch was von. Versprochen. Der Momo kriegt ein Stück. Und Schaline kriegt auch ein Stück. Jawohl!